Ahoi, ahoi! Ich bin Frau Luchs und ich darf euch heute das Küstenmädel vorstellen. Melanie ist das Küstenmädel. Sie ist in Bremen aufgewachsen, direkt am Hafen und hat schon immer diese ganze Seemannsatmosphäre, Hafenatmosphäre geliebt und hat das irgendwann zu ihrem Beruf gemacht und beschlossen, eine Produktlinie daraus zu machen. Diese beinhaltet Mützen, T-Shirts, Taschen und Schmuck für Männer und für Frauen und zwar das Ganze unter dem Motto Hanse-Artisch-Robust. Das bedeutet laut ihrer eigenen Aussage, sie will Accessoires und Klamotten machen für Mädels, die halt auch mal einen kurzen abkönnen, die mit dem Seemann die Nacht durchtanzen und für den Matrosen, der halt ordentliche Klamotten braucht, die auch auf dem Meer halten. Das heißt denn zum Beispiel, dass sie eine Seemannsmütze hat, so eine richtige Wollmütze, da kann man auch am Hafen mit überleben und das alles gibt es dann immer so mit Küstenmädel oder Küstenjung-Aufdruck. Das ist eine ganz, ganz hanseatisch-sympathische Sache auf jeden Fall. Ihre ganze Verbindung zur Seefahrt hat sie dann auch dazu angestiftet, immer eine kleine Spende abzugeben, wenn ein Produkt über 10 Euro verkauft wird. Davon gehen dann 50 Cent an die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Jetzt könnt ihr ein ganzes Paket von Küstenmädel gewinnen. Dabei ist eine Wollmütze für die kalten Tage, die jetzt kommen werden, ein T-Shirt und Ohrringe, Ankerohrringe für die Ladies. Und das Ganze könnt ihr gewinnen, indem ihr dieses Video jetzt teilt und uns Frau Lux und Küstenmädel einen großen Gefallen damit tut, weil es ist wichtig, dass wir bekannt werden mit diesen ganzen schönen Sachen. Und indem ihr dieses Video jetzt auf Facebook teilt, seid ihr automatisch in den No-Stop und morgen ziehen wir dann die oder den glücklichen Gewinner. Viel Glück dabei!